Heute geht es um die Verkehr von Stauberau und Bilach. Das ist die berühmte Glattalbahn. Es geht vom Airport nach Düberdorfer, sprich nach Stettbach. Hier fahren wir in voller Länge. Das ist die berühmte Glattalbahn. 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 Cool, sensationell. Absolute Hicke. Wollen Sie das noch einmal sagen, ohne Maske? Nein. Maskepflichtung. Oh, ein Tunnel. Hier sieht man jetzt auch den rühmtischen Sahara-Dreckstall. Ich gehe jetzt herunter. Da ist es fast ausgeladen, nicht ganz. Die Tour wird geflogen. Die Tour wird geflogen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020